Stellt euch mal alle so einen Kreis auf, dass wir das so im Uhrzeigersinn machen können. Ich fange an und dann geht's im Uhrzeigersinn weiter mit Next Sentry, okay? Was? Okay. Ja, mit noch 10 Minuten haben wir eh genug Zeit. Seid ihr bereit für die Aufnahme? Ja, dann. Aufnahmestart 3. Ach, fick dich! Warte. Warte, ich muss gerade synchronisieren. Ja, ja. Servus, Leute. Mein Name ist Light und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer großen YouTuber-Runde an Trouble in Terrorist Town. Ähm, in Trouble in Terrorist Town. Ja, äh, wir sind hier alle zusammen, um heute schön Trouble in Terrorist Town zusammen zu spielen. Mein Name, wie gesagt, ist Light vom Kanal Light Can Fly. Und bevor es losgeht, stellt sich jeder hier mal im Uhrzeigersinn vor. Das heißt, wir fangen an mit, wir machen weiter mit Next Sentry. Ja, mein Name ist NXT, auch als fast geil bekannt. Ja, ich spiele hier auch einfach mal mit. Mal gucken, wie es wird. Danke fürs Zugucken und ich gebe einfach mal weiter. Ich habe keinen Bock, was zu sagen. Danke für diese schönen Worte, Next Sentry. Ja, mein Name ist Gonry vom Kanal Gonry Gaming. Äh, wie schon gesagt, ich spiele hier auch mit. Bla, bla, bla und so weiter und so fort. Ich möchte es kurz halten. Bitte an... ...an den FB-Kid-Poker von den Voice Boys. Ja, ich mache auch mal mit. Mal gucken, ob ich es irgendwie hingebacken kann. Ja, mal schauen, was der Nächste sagt. Ja, ich bin Taiko vom Kanal Game Tech Play Z. Und, ja, ähm, der Nächste wäre dann Hungry Box. Ja, hallo zusammen. Ich bin Hungry Box und ich dachte auch mal, dass ich eine kleine Runde TTT mitspiele und gebe weiter an IG Paddy. Ja, das bin ich. Äh, ja, hallo ich, Freunde. Ich bin Paddy vom Kanal Invincible Gaming. Die Zuschauer von Light dürften mich ja vielleicht eventuell kennen. Du bist scheiße. Ja, das weiß jetzt ja jeder, Mann. Du darfst das Spiel doch nicht spoilern. So, jetzt, Mann. Okay, und dann ist jetzt Naka74 dran. Wer ist das? Du? Achso, ich. Ja, 74. Ich bin Naka, er ist ja auch in YouTube, Nakazato 7, 4. Also 64, 74, nie, auch immer. Ja, ich habe die Grube halt gefunden. Was sieht lustig aus, Mann, schon, was hier passiert. Jo, alle Leute sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich würde sagen, es geht los. Gut, dann bin ich mal weg, weil du hast eine Granate in der Hand. Ups, da ist einer zu schnell weggegangen, schade. Hat nicht ganz so geklappt, aber ich habe einige mitgenommen. Ja, es ist sehr leid, dass es blöd gelaufen, ne? Die Farmstation, oder? Also, ich habe als einzigster überlegt. Warte, warte, Leid, hast du scheiße gebaut? Nein, ich habe eine Granate gezogen und wollte alle hochspringen, aber einer ist zu schnell weggelaufen. Ja, ich... Ja, ich... Taiko hat zu schnell reagiert, schade, Tom. Ja, das war schön. Aber es stimmt wirklich, alle Leute sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und ja, ne? Was mit der theoretischen Möglichkeit ist, dass alle Leute exakt gleichzeitig sterben? Äh, dann ist es tatsächlich so, dass die Trader gewonnen haben. Ja. Das ist ja bei einer Dschihad so. Ja, genau. Wenn du eine Dschihad als letztes zündest, dann gewinnst du auch, wenn du sie alle tötest. Ich habe übrigens eben, als ihr gesagt habt, ich glaube, kurz vor der Aufnahme, die Spieler sehen ja aus wie irgendwer. Ich habe an meiner Schule einen Lehrer, der sieht genau aus wie dieser Tschar. Willst du mich verarschen, oder? Ich bring dir ein Foto von... Bitte, bitte. Oh ja, wir machen... Ne, das wäre gemein ihm gegenüber, aber sonst müssen wir da draußen ein Thumb-Mail draus machen. Hilf, ich bitte. Ich schick dir mal ein Bild von dem. Bitte, mach das, ja. Das ist total... Das ist noch ein total cooler Lehrer vor allem. So, jetzt... So, wer ist denn jetzt eigentlich Traitor? Ich weiß es nicht. Detective. Ich glaube, das sagen die nicht. Glaubst du nicht? Warum nicht? Nee, nee. Die machen hier das Spiel damit kaputt. Alana, klar. Also, ich glaube, ich bin Indocent. Nein. Freddy, wo bist du? Äh, ich bin an einem geheimen, geheimen Ort. In der Lehre vom Detective. Okay. Ich glaube, das ist fertig. Thank you. Habe ich nicht runtergeschmissen? Alter, da ist jemand gestorben, oder? Scheiße. Ich habe Schaden bekommen. Nicht nett. Hat der gerade eine Granate geworfen? Ja, das war ich. Von Rill? Ich dachte schon, das wäre irgendwas Böses. Ich kann was Böses werfen, aber ich schmeiße es raus, damit keiner meinen Burn-Kammer macht. Ach ja. Ist doch nicht so traurig, wie ich gesagt habe. Alkohol bedroht mich mit einer Shotgun, ganz sicher. Naja, war 100% böse gemeint. Genau. Oh, ich habe eine coole Waffe gefunden. Will ich den Traitor-Tester benutzen oder nicht benutzen? Nein, 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 nein. Pack auch Traitor-Tester. Das ist so langweilig mit Traitor-Tester. Naja. Äh, warum? Ja, der brennt da. Da war ein Traitor hier irgendwo. Da kommt ein brennender Mensch auf mich entgegen. Hilfe. Ja, brennt und sagt einfach nichts. Jo, Gondre, was machst du da oben? Wie ihr reagiert. Ich wollte mal gucken, wie ihr reagiert. Die verbrennen hier mal so schnell. Sie sind bestimmt selbst angezündet. Wer hat sich eigentlich ein Glückwinder geschobst gerade? Ich? Ach. Mit dem Wagen, oder? Mit dem Minecraft. Von der Treppe, meinst du? Oder? Granate. Dann halt nicht. Red halt nicht mit mir, ist okay. Komm damit klar. Ich will schon mit dir reden. Halt's den Mauern, Paddy. Ja, ich find das witzig. Ich lach selbst über meine Witze. Das ist viel besser, als wenn andere Leute darüber lachen. Ja. Immerhin bist du glücklich, ne? Ah, Feuer! Oh, brennt es! Das ist wer brennt, wer brennt, wer brennt, wer brennt. Wie guter Schock. Wer hat ihn angezündet? Ich hab keine Ahnung. Wurde ja auch schon Opfer von diesen Brandstimmen. Ey, wo wurde angezündet? Ja stimmt, eigentlich ist hier Poker schon mal definitiv. Wer wäre gerade noch angezündet? Boah, weiß ich nicht. Der ist ja runtergeflogen. Soll ich tot. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Also Poker ist definitiv innocent, weil Poker wurde angezündet. Wer zündet seinen Traitor-Kollegen hat, das ist ja total grenzdebil. Ich weiß. Ja und ich wurde von irgendjemand angeküsst, Neifert. Ja, das kann aber jetzt jeder behaupten, ne? Ja, guck auf meine Lehm. Ja, das könnte auch runtergesprungen sein oder so. Nein, ich wurde wirklich angeschossen. Und dann hat einer behauptet, ich werde Traitor. Du kannst vom Feuer wirklich bluten. Das ist so ein bisschen behindert in diesem Spiel, aber es ist so. Du blutest, wenn du feuerst. Wenn du feuerst, dann blutest du. Ey Traitor, 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 guck mal, ich bin im Wasser. Du kannst das Wasser zu Laber machen. Yo, Traitor. Hallo, hallo. Der Traitor ist inkompetent, weil ich es nicht mache. Oh, oh, da ist aber jemand nach mir gesprungen und verbrannt. Hungrybox, Hungrybox ist tot. Hungrybox ist tot. Es werden allmählich weniger. Es ist schön. Ah, 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 wer schießt hier? Äh, kann es sein, dass der Typ da in dem Haus es war? Der hat eine Schrotflinte und... Wirklich? Nein. Ähm, okay. Wer lebt noch eigentlich? Ich. Und ich. Hey, warum? Alter. Ich vertraue hier niemanden. Hä, wo seid ihr? Das heißt, ihr seid mein Armee, noch nicht Team. Oh, mein Gott. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass alle tot sind. Ich dachte die ganze Zeit, nur der eine ist gestorben, der Hungrybox ist gestorben. Ich bin einfach durch Blödheit gestorben, weil ich mich so erschreckt habe, dass ich die Klippe runtergefallen bin. Ich habe Teig mal angegriffen. Ich wusste, dass Teig ein Träter ist. Dann war ich tot. Ich wusste es nicht, dass Teig... Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt. Das ist eine Rüstung. Also, ich habe aus dem Träter-Raum die Flare-Gun gekriegt. Feuer, 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 Feuer! Ich bin tot. Hä, ihr könnt übrigens mit C, wenn ihr Trader seid, mit C auch Sachen kaufen, ne? Denkt dran. Ja, ich weiß. Ich wusste es nicht. Ja, jetzt wisst ihr es. Jetzt müsst ihr nicht mehr in den Träter-Raum gehen und da random Sachen machen. Na, ja, das war einfach nur just for the fun. Oh, ich kann mir Sachen kaufen, wenn ich C drücke. Oh, Mensch. Ja. Ich glaube, er ist Träter. Ich glaube, ich habe wieder an. Hungrybox. Ich muss mal hier wieder meine ganze Fenster richtig machen. Ich bin vertrauenswillig, keine Sorge. Ich muss mal mein Ding hier zur Seite schieben, damit ich sehe, wer redet, sonst sehe ich. Vielleicht ist Traitor. Warum? Weil ich glaube auch, dass Light Traitor ist. Was? Ich habe mir mal ein paar Sekunden direkt vor der Wand und macht gar nichts. Ich habe doch gerade eben gesagt, dass ich meinen Trouble in Terroristown zur Seite schieben muss, damit ich meinen Teamspeak sehen kann, damit ich sehe, wer reden kann. Ja, ja, ja. Ja, ja. Schießt mich halt, verliert Karma, ist okay. Da war jemand... Hilfe. Überleg, Karma ist bei... Oh, geil, okay, geil. Ich kann es mir... Du kannst es dir leisten, wow. Ja, nicht so wie gestern, wo ich bloß noch 500 Karma hatte. Das ist halt schon ziemlich scheiße, was? Äh, wow, das war ganz schön riskant. Äh, ja. Kann sich die Traitor mal melden, so mit Piep oder so? Mit hallo, hallo, hier. Na, Hungrybox, was machst du oben auf dem Turm? Und warum hast du Schaden? Äh, der Traitor... Warum hast du einen AWP in deiner Hand? Ja, aber lebe da, hallo. Ich habe auch keinen einzigen Schuss gehört. Ah, Gonre ist hinter mir her. Ich schwöre es, Leute, Gonre wird mich gleich töten. Natürlich habe ich vor sich zu töten, was du... Hungrybox hat von oben runtergeschossen. Ich habe ihn jetzt einfach mal weggesnipert. Er war... Verdammt. Innocent. Warum? Oh, Mann. Hinten läuft irgendwer ganz alleine rum. Hashtag Light läuft ganz alleine rum. Ja. Hm. Hm. Ich weiß auch nie jemand anderen nicht. Jo, jetzt ne Alltot oder wie? Nein. Ich leb noch. Okay. Ich leb auch noch tot. Ich bin auch noch da, wie immer. Ich bin tot. Dann würdest du nicht reden, du Depp. Vielleicht bin ich dann doch nicht tot. Ah, Moment. Hm, das ist... Das ist ein sehr gutes Rätsel. Weiß ich immer noch nicht, wer da geredet hat. Das kommt mit der Zeit. Ich frag mich, wie verwirrt unsere Zuschauer sind. Ja, Light. So viel Stimme kann ich zuordnen. Ah, Light. Hi, 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 hi. Bist du blöd? Oh, der ist da runtergefallen. Derjenige gestorben, der da runtergefallen ist. Light, zielt auf mich. Ich hab nur noch 5 HP Light, wollte mich erschie... Nein! Au, 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 au. Er schießt auf mich. Nein! Läu. Wer lebt denn jetzt noch? Hallo? Bist du mein Gau? Ah! Hilfe! Hi! 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 Will ich jetzt die Person untersuchen, die hier runtergefallen ist? Du musst ihn suchen. Was? Ey, da schießt der. Jo! Spring halt runter! Ich bin tot, du brauchst mich nicht mehr suchen. Natürlich! Scheiß Traitor. Hat Rüstung an. Hatte ich nicht mal. Ja, wieso bin ich nicht so schnell gestorben? 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 Da oben ist noch jemand. Bist er noch am Leben jetzt? Wo ist er? Fuck! Ich komme hier nicht durch. Sehr gut gemacht, sehr gut. Poker hat mir voll das Leben gerettet. Und niemand hört Taiko zu. Voll traurig. Der Scheiß Detective hat mich getötet, als ich Light töten wollte. Ich stehe da. Du warst da so oben, warst da so runtergeschossen. Ich hab grad gesagt, Light tötet grad wen und dann wollte ich ihn erschießen. Ja, das war ja meine Maus. Ich hab dich ja gerecht. Ich hab dich ja gerecht. Und dann war ich ruhig und keiner reagiert drauf. Du hast ja sogar noch gesagt, Light schießt auf mich. Ich hab mit meiner Flaregun daneben geschossen. Das war ein Fehler, mit mir da Flaregun draufzuschießen. Ich hab Gondrel ganz heimlich von hinten, also von vorne eigentlich, aber so ganz heimlich getötet. Er hatte eigentlich gar keine Zeit zum Schreien, aber er hat's trotzdem kurz gemacht. Ja, ich hab nur so... Bluh, bluh. Genau das Geräusch That Sport Weißt du, dass ich bei Tyco immer an das Disturb Lied, äh, Psyco denke wie viel youtuber wird geben die psycho heißen meine erst so kann man feuer im wasser machen es hatte ich drunter gespüssen das schöne ist das habe ich ein grundleid umzubringen mach halt ich weiß ich möchte gleich niesen das ist ja ich lebe noch ich bin ins wasser gesprungen er war gerade immer auf dem leuchtturm noch hi hungrybox hi poker hallo ich muss erst mal gucken die namen wir haben schon wir haben schon traiter tot cool werden getötet ich hab gedacht ich bin auf leid moment, gonre hat einen traiter gerade aus Versehen getötet, also ist gonre doch innocent ups holen holen gonre, ich vertraue dir mal ja ja ich eng ok gut komm mal ja sag mal so, es war aus Versehen aber gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht läuft auf jeden fall so, hier alles ruhig stellen ja ich hab gedacht ich schieße auf fly, da steht das traiter aber ja ich stehe da oben und zielt total hallo, 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 hallo hey hungry, brauchst du dich da rein zu laufen ja deswegen ja, deswegen brauchst du dich da rein zu laufen nein, nein jo, paddy äh, äh, wolltest du mich grad irgendwas von hinten also mh, komm her, fertig j komen es bringt ihr viel in der ecke wo ich dir einfach einen kopfschuss so geben könnte mit absicht daneben warum hat eigentlich so eine herzliche trage noch die kann ich mal suchen ja aber die kann so hinterher machen da jemand ist ein trader raum nicht weg von team weg von team weg von team das ding explodiert wenn du dazu kommt oder aus dem trader raum kommt habe ich gehört stirbt nur aus dem trader raum kann man nicht mehr aus der muss durch den trader noch nicht da ich brauche noch ein bisschen wir könnten eigentlich auch einen vorschicken der reingeht und dann alle anderen hinterher ich garantiert nicht dann ich bin ich bin dafür dass leid vor gilt einfach nur das ja eigentlich dürfte es ja nicht nur einen töten doch eigentlich nur einen töten es gilt es gibt nur einen personen ok ok wissen was ich gehe rein ich gehe rein ich bin reingegangen bin rausgekommen läuft wo der trader da wo der trader immer chillt ich sehe ich sehe seine waffe ich sehe seinen waffen lauf von hier aus raus strecken raus sehen weißt du wenig wer genau vorhin hingeht ist echt dumm sagte er und per die rennen vor ihm ja zu kurz wer ist da drinne weiter ist fast tot ein hit war er hat echt noch jemand gekriegt wer war die wer war die flasche ich habe mich aber warum ist es nicht leid was ist das für ein komisches bild auch wenn ich bin ich bin glaube ich gleich in die grobe macht hier so gar keinen sinn das ist ja das spiel ist ja jetzt schon vorbei danke garrys mod dass du immer alle runden versaut jetzt können wir nicht mit guten gewissen umbringen irgendjemand hat gerade geschossen gott ich hasse die leiter die möglichkeit ich komme mit dem leiter hier nicht klar ne ich auch noch nicht also so die leisen sind auch behindert wer ist es später ich habe mir jetzt eine coole detektiv zeug kauft ok gut ok gut was ist das coole detektiv zeug? n kompass? eh n m n kompass n radar n radar n n er sieht alle menschen n heiliger n k Wer machte die ganze Zeit diese blöden Geräusche? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das hörst du da, das ist ja ne. Das ist das Traitor-Such-Geräusch. Genau. Sobald es er macht, geht's ab. Wir haben den Goldblock, juhu. Oh ja, ich mach auch mal Spray. Wie ging das nochmal um T, ne? G. G? Ah ja, mit G. Bei mir tut einfach gar nichts. Zeig mal, bei mir auch nicht. Ich hab wahrscheinlich nichts eingestellt. Ihr seid doch alle behindert. Oh ja, genau. Jetzt noch Werbung an die ganze Welt. Werbung vielleicht. Bitte guckt alle jetzt die nächsten 5 Minuten mein Bild an. Ich glaub, Poker ist Traitor. Ich glaub, Poker ist Traitor. Kannst du nicht machen? Ja, snipe da oben auf dem Turm. Soll ich den Typen oben auf dem Turm füllen? Ich weiß nicht. Mach mal. Das ist auch nicht. Ich bin aber Detective, jetzt krieg ich schlechte Karma. Richtig viel Minus-Karma, ja. Da schießt jemand. Das mach ich. Warte, da hinten die 2. Nein, 2. Nein, nein, nein. Das war G. Äh. Wow. Da ist was hochgegangen. Vom Leuchtturm kam das. Okay. Also glaub ich nicht, dass es der Kerl auf dem Leuchtturm war. Wärst'n so dumm und stellt sich auf dem Leuchtturm, wenn da was hochgeht. Ist er tot? Nein. Ich glaub nicht. Ne, also im Leuchtturm lebt auf jeden Fall noch wer. Da ist ein Punkt vom Radar fort. Ja, ja. Oh ja. Hallo, hallo. Sogar die ganzen Diamanterze. Wo sind die alle? Findest du eh nicht alle. Wieso? Ich hab eins gefunden. Ich wurde mir eins. Ja. Bring's zum Ofen. Bring's zum Ofen. Bring's zum Ofen am Leuchtturm. Okay. Okay. Wo? Abgehört Light schießt. Ich hab'n Erz, ich bring's zum Ofen. Waren die unten, dann waren die unten. Ich muss gucken was passiert. Abgehört Light ist vor allem Traitor. Ja, die waren unten drin. Guck'n, irgendwo müssen sie da rauskommen. Da unten aus den Höhlen. Achso, hier ist man. Beim Leuchtturm in der Höhle ist er drin. Hier liegen zwei Leichen. Identifizier mal. Liegt vor allem ne AK. Zwei. Ich aufnehmen werde. Ich aufnehmen werde. Zwei. Ich nicht aufnehmen kann. Ich bin bestimmt leer. Mit E. Du musst hingehen und dann E drücken. Ja, ich hab aber schon ne Python dabei. Achso. In die, äh. In die, äh. In und er war. Wetter. Hä? Warum hast du ihn jetzt getötet? Ja. Ich hab ihn getötet. Ich bin detektiv. Ich hab ihn mir angeguckt. Achso. Irgendwoll ich ne Bombe. Ja, dann gehen wir hier weg. Weil hier steht ich, äh, mit Kabel 6 kann ich die Bombe suchen. Sicher defusion. Leid ist oben aufm Leuchtturm, Leute. Leid ist tot, Leute. Echt? Ja, den haben wir umgebracht. Jo, stimmt das. Problem ist, irgendwo hier liegt ne Bombe. Also ich würde mal in Richtung Leuchtturm gehen. Ne, weg von da gehen, oder? Weg? Also wenn die Bombe da liegt, er weg. Ja, aber die Bombe liegt, er kam noch aus der anderen Richtung. Ja, oder wir gehen einfach alle ins Wasser. Warte, oder wir sind mal leise und hören. Oder du willst uns zum Leuchtturm locken, weil du Trader bist. Oder ich kann gar nicht Trader sein, weil bei meinem Namen Detective steht. Das ist mir egal. Oh, ja, also jetzt wird's hier richtig kompliziert. Ja. Ja, jetzt bin ich komplett. Oder du hast dann die Identität kopiert. Aber wir sind doch hier zu viert, ne? Wo ist denn der fünfte? Glaub, die Mord haben wir nicht mal. Jetzt muss ich Detective, glaub ich. Detective, ich chill. Ich geh nicht dahinter. Ja, stimmt. Einer von uns. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Jetzt. Jetzt nicht mehr. Jetzt macht mir der da oben Angst, weil der ist jetzt der Gefahr. Ja, jetzt macht mir der da oben Angst. Ich mach gar nichts. Ja, und ich chill hier mit einer Sniper bei euch. Das ist... Na gut. Er läuft. Ich bin hier oben auf dem Turm. Geht hier nicht hin, sonst töte ich euch. Ich bin Detective, ich darf das. Ah! Ich bin grad die Treppe runtergefallen. Lass uns mal schreien erstmal definieren. Hm. Weil, wenn, wenn irgendwer laut schreit, bin das meistens ich. Okay, okay. Okay. Ich bin hier draußen mal alleine. Ah! Ja, wo bist du? Und da bist du? Hinter dir. Ne, hier sind drei Leute. Ja genau, wir sind zu dritt. Heiko ist grad alleine auf dem Weg. Ah, ich weiß. Ja, ich hab meine Shotgun gesucht. Die hab ich im Leuchtturm gewohnt. Also einer von uns ist es, ne? Also... Ja, einer von euch ist es. Ich bin in euch. Ich seh es unten links. Ja. Grün. Echt? Glaub ich. Und Innocent steht da. Bastelngrün. Ah, so. Ein... Ein grünes, so wie der... Warte, ich vergleich's mal mit der Umgebung. Ja... Vielleicht, ähm... Humbi schießt auch... Traitor, Hungrybox oder... Oh, schade. Er war auch schwer. Ja, oder der andere. Vielleicht hat sie mal unsere Bombe gelegt. Nö, da war nie ne Bombe. Aber gut dass du Panik gemacht hast, war schön Das war die Bombe. Es gab noch eine ganz am Anfang von mir. Ach so? Ja, aber das... Ja, Petty... Vielleicht ist das dann allgemein so, wenn ich auch ne Bombe wieder plante. Ich wär da jetzt nicht so sicher ob das... Es wär ja voll die Verrating. Du kaufst dir das Ding und weißt sofort, ob ne Bombe irgendwo gelegt. Das wär ja total behindert. ich hab mir nicht gekauft ich hab deine leiche durch so ja ich habe ja eine bombe gelegt ich habe ja die wir schon hochgegangen man jetzt klaut er mir meine schocken aber ich bin die facke gelaufen